Ich bin die Larissa, ich bin 21 Jahre alt und habe meine Doppellehre zur Hotel- und Restaurantfachfrau im Parkhotel Börtschach absolviert. Ich habe das Parkhotel am Tag der offenen Tür kennengelernt, bin dann für fünf Tage zum Stuppern geblieben und habe mich danach für meine Doppellehre entschieden, weil es mir so gut gefallen hat. Für die Doppellehre habe ich mich entschieden, weil die Doppellehre sehr vielfältig ist. Man kann in verschiedene Bereiche reinschauen, in die verschiedenen Abteilungen, im jeweils der Fall Service, Rezeption und die Reservierung. Und es ist eine super Möglichkeit für das Berufsleben vorzubereiten. Bei einer Doppellehre im Parkhotel Börtschach gibt es einige Vorteile. Ein großer Vorteil davon ist, dass man sagen kann, man kann je nach seinen Interessen und seinen Stärken sich verschiedenste Abteilungen direkt im Haus anschauen, beispielsweise vom Marketing bis hin zum Einkauf und Verkauf bis zur Rezeption, der Reservierung, der ganzen Seminarabteilung und der Parkettabteilung. Also grundsätzlich ist die Arbeitsatmosphäre im Parkhotel Börtschach sehr familiär. Man wächst auch mit den Abteilungsleiten sehr zusammen. Man hat jederzeit einen Abteilungsleiter und Kollegen, auf die man sich verlassen kann. Sehr viele Vorbilder und sehr viele Experten und Profis im Haus. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.